Ja hallo liebe Handballfreude, es ist wieder soweit, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und deswegen gibt es auch dieses Jahr wieder einen tollen Adventskalender und zwar in Zusammenarbeit von BITUG und der HBL gibt es von jedem Bundesliga-Team ein Trikot zu ersteigern und so auch das Trikot unseres Vereins, Frischauf Göppingen und wie das Ganze jetzt überhaupt abläuft, erzählt euch mal der Mimi Das niedrigste Gebot, das nur einmal abgegeben wird, gewinnt Ja und vergesst bitte nicht, das Ganze ist für einen guten Zweck, nämlich für die Joachim Deckarm Stiftung und in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und spielen jetzt noch ein Lied für euch Und eins und zwei und eins, zwei, drei, drei, vier